Servus YouTube, Void hier. Was lange währt, wird endlich gut. Vodafone hat nach dem Debakel von Ende 2019 für die Vodafone Station endlich eine neue Firmware präsentiert bzw. rollt diese gerade im Feldtest aus seit etwa ein, zwei Wochen. In diesem Video sehen wir uns an, was die neue Firmware für die Vodafone Station mitbringt, welche neuen Features jetzt mit dabei sind und was das für deine Vodafone Station, für deine Netzanbindung daheim bedeutet. Denk dran, wenn das Video dir gefällt, dann lass mir jetzt einen Daumen nach oben, ein Abo, einen Kommentar da. Wenn du Fragen zum Video oder zum Inhalt hast, stell sie mir auch ruhig unten in den Kommentaren und dann würde ich sagen, legen wir jetzt los und sehen uns die neuen Features in der neuen Firmware Version an. Ob du die neue Firmware auch schon auf deiner Vodafone Station hast, siehst du hier unten, bevor du dich einloggst, an der Angabe der Firmware Version. Hier steht jetzt bei mir 01.02.037.08.euro.pc20. Für euch zum Verständnis, die Versionen 0.06 und 0.07 in diesem Mittelteil, die wurden Ende letztes Jahr zurückgezogen. Das heißt also, dass diese Version jetzt mit der 0.08 ist die neueste, die aktuellste Version und vor dieser Version wurde eine ganz, ganz alte aus 2018 aufgespielt. Wir loggen uns jetzt einmal ins Backend ein. Dazu geben wir Benutzernamen und Passwort ein und klicken auf Einloggen. Was hier gleich mal auffällt, der Login dauert jetzt aus welchen Gründen auch immer deutlich länger, als das noch zuvor der Fall war, beziehungsweise scheint er teilweise auch gar nicht zu funktionieren. Also gerade vorhin ging es mal, jetzt ging es wieder nicht. Ich reloade mal kurz die Seite, dann sollte es einen Augenblick dauern und dann sind wir hoffentlich, ja, jetzt hat es geklappt, im Backend. Und dann gucken wir uns das Vodafone Station Backend, das neue, mit der neuen Firmware einfach mal an. Übrigens, wenn ihr auch die neue Firmware schon drauf habt, dann lasst mir jetzt für das Video einen Daumen nach oben da. So, jetzt gucken wir uns mal um. Also man sieht bereits hier in der Übersichtsposition, bitte ganz wichtig auch bei euch, geht unbedingt in den Expertenmodus, damit ihr dasselbe seht wie ich. Man sieht bereits in der Übersichtsansicht der Vodafone Station, dass sich ein paar Dinge geändert haben. Zum einen sehen wir hier unten, Zeitschaltung ist aus, es gibt jetzt ein Zeitschaltungsfeature. Dann, wenn wir einmal schnell nach unten scrollen, sehen wir hier Gast-WLAN. Das ist neu dazugekommen, die Vodafone Station unterstützt jetzt ein Gast-WLAN. Das heißt, wir können jetzt auch Fremde, also halt Gäste bei uns zu Hause ins WLAN bringen, ohne denen gleich für unser WLAN, unser privates WLAN zu Hause den Schlüssel geben zu müssen. Das ist natürlich ein besonders cooles Feature. Gehen wir zurück nach oben. Dann würde ich jetzt sagen, ich habe mich im Menü oben schon einmal durchbewegt über Telefon, Internet, WLAN, Einstellungen, Status und Hilfe und werde jetzt mit euch einfach nur die Bereiche ansehen, die sich verändert haben. Punkt Nummer 1, Telefon. Im Bereich Telefon neu hinzugekommen ist hier links der Menüpunkt Telefoneinstellungen. Wenn ihr da draufgebt, findet ihr hier den Punkt Datum und Uhrzeit, der ist in meinem Fall hier aktiv. Was bewirkt das Ganze? Das ist eine äußerst interessante Frage und ich muss offen zugeben, ich habe keine Ahnung. Wenn ihr es wüsst, schreibt mir es bitte unten in die Kommentare rein. Ich würde einfach vermuten, dass diese Funktionalität, dieses Datum und Uhrzeit einfach folgendes bewirkt. Bei eingehenden, ausgehenden Anrufen wird das Datum und die Uhrzeit in der Vodafone Station protokolliert. Das ist eine Funktionalität, die man vielleicht nicht haben möchte, dann könnte man sie hier abdrehen. Also zumindest so lotse ich mir das momentan zusammen, dass es diese Funktion betrifft. Können Sie es wie gesagt hier mit dem Schieberegler an- und ausschalten. Dann gehen wir direkt weiter zum nächsten Punkt Internet. Im Punkt Internet hat sich etwas mehr getan. Hier ist der linke Menüpunkt Allgemein sowie der Punkt DUN-DNS neu hinzugekommen. Unter Allgemein können wir folgendes Feature aktivieren. Ping auf das Warninterface aktivieren sowie UPnP aktivieren. Das sind zwei Funktionalitäten, die im Zweifel zum Ausbau des heimischen Netzwerks gar nicht schlecht sind, die man vielleicht braucht. So Universal Plug-and-Play-Geschichten sind immer ganz, ganz günstig, gerade wenn man Adapter oder so anschließen möchte. Von daher, das kann man sicherlich brauchen. Das geht dann aber schon in Richtung eines etwas feineren, granulareren Heimnetzwerks, beziehungsweise wenn man Funktionen eben nutzt, die jetzt nicht vielleicht so klassisch vom typischen Privatanwender genutzt werden. Gehen wir nämlich noch eins weiter auf den Punkt DUN-DNS, da wird das ganz, ganz klar. Kurz erklärt, was ist DUN-DNS? DUN-DNS sorgt dafür, dass wenn draußen jemand eine bestimmte Domäne aufruft, eine Webadresse, dieser auf einem Server landet, der sich hinter eurer Vodafone-Station verbirgt. Also wenn ihr zum Beispiel euren privaten PC zu Hause zu einem Server macht, der von draußen erreichbar sein soll. Ihr könnt euch bei DUN-DNS registrieren, dann bekommt ihr dann nämlich so eine DUN-DNS-Adresse, eine ganz komische, und die leitet dann zu euch weiter und man kann da praktisch auch auf euren Server zugreifen. Also ihr könnt im Prinzip von zu Hause privat aus eine Website hosten, theoretisch praktisch. Das ist ein ganz, ganz cooles Feature und für viele auch unglaublich wichtig. An der Stelle wichtiger Hinweis, aber ihr müsst darauf aufpassen, ob ihr, also was das IP-Adressen-Pool betrifft, damit ihr auch erreichbar seid. Gehen wir weiter zum nächsten Punkt WLAN. Hier hat sich bereits in der allgemeinen Schaltfläche ein bisschen was verändert, das sehen wir uns gleich an. Dann neu dazugekommen ist Zeitschaltung und außerdem der Punkt Band-Steering. Bei den allgemeinen Sachen sehen wir jetzt hier, hat sich die Struktur ein bisschen geändert. Wir können hier das WLAN aktivieren, deaktivieren, das ist nicht neu, das ging vorher auch. Ebenfalls gab es vorher den Button für getrennte SSID verwenden, also dass quasi euer 2,4 GHz Band WLAN und euer 5 GHz Band WLAN separate SSIDs hat, auf separaten SSIDs funkt und erreichbar ist. Das können wir hier weiterhin aktivieren. Darüber hinaus können wir aber auch Band-Steering aktivieren. Was ist Band-Steering? Ich lese es einfach mal vor, weil die Erklärung ist gar nicht so schlecht und auch sehr gut verständlich. Band-Steering sorgt durch eine intelligente Nutzung beider Bänder, 2,4 GHz und 5 GHz für einen besseren WLAN-Dienst. Durch Aktivieren des Band-Steering werden die WLAN-Namen SSIDs beider Bänder vereinheitlicht. Heißt also praktisch das folgende, wenn wir Band-Steering aktivieren, passiert folgendes. Das 2,4 GHz und das 5 GHz Band sind aktiv, laufen beide auf derselben SSID und der Vodafone Station filtert eben heraus, wenn ein Endgerät verbindet, ob es jetzt gerade besser wäre, über das 2,4 GHz Netz zu funken oder über das 5 GHz Netz. Warum ist das wichtig? Das ist ein ganz einfaches Grund dafür. Die Vodafone Station war ja in der Vergangenheit, das seht ihr auch bei den Videos auf meinem Kanal dazu, zu dem Thema WLAN-Verbindungsabbrüche, nicht dafür bekannt, dass es damit gut klar kam, wenn A, die SSIDs identisch waren, aber selbst wenn die SSIDs nicht identisch sind, gibt es bei vielen das Problem, dass es immer wieder zu Verbindungsabbrüchen kommt, wenn sowohl das 2,4 GHz Netz als auch das 5 GHz Netz parallel aktiv sind. Ich konnte das Feature bis jetzt noch nicht testen, das heißt also, ich weiß im Moment nicht, ob wenn man hier Band-Steering aktiviert, das Ganze sauber funktioniert und es nicht doch wieder zu WLAN-Verbindungsabbrüchen kommt. Ich werde das aber in den nächsten Tagen testen. Wenn ihr da mittesten wollt, dann schreibt mir unten in die Kommentare rein, wie eure Erfahrungen sind und lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn ihr auch ein Testvideo sehen wollt, wo ich mich kurz damit auseinandersetze und euch darüber berichte, wie für mich das Band-Steering-Aktivieren abgelaufen ist, also ob das reibungslos lief. Darüber hinaus könnt ihr hier in diesem Menübereich auch noch das Gast-WLAN aktivieren, einfach hier den Haken oder den Button 1 nach rechts schieben bzw. zurück und dann taucht nämlich hier unten, wir sehen es schon beim Einblenden, das Gäste-WLAN auf. Ihr könnt ihm einen Namen geben und einen separaten Schlüssel, wenn wir hier mal kurz runterscrollen, könnt ihr hier den WLAN-Kennwort festlegen und dann ein Gast-WLAN für eure Gäste zu Hause bereitstellen. So viel erstmal dazu, dann weiter zum nächsten Punkt, der Zeitschaltung. Gut, ist an sich relativ selbsterklärend, wir können hier die Zeitschaltung aktivieren. Wir klicken einmal hier drauf, dann gibt es diesen Plan. Überall, wo eine rote Linie zu sehen ist, das betrifft die Uhrzeiten, also oben seht ihr die Tage, links die Uhrzeiten von 0 Uhr bis 0 Uhr, also von Mitternacht bis den nächsten Tag, Mitternacht quasi, können wir hier diese roten Linien zeigen an, wann das WLAN aktiv und eingeschaltet ist. Wir können hier einfach diesen Schieberegler oben wählen und bewegen bzw. unten wählen und bewegen und über einen Klick auf das X können wir das komplett entfernen, dass an manchen Tagen zum Beispiel gar kein WLAN aktiv ist. Das lohnt sich halt natürlich dann, wenn wir zum Beispiel die Vodafone Station in einem Gewerbebetrieb, einem Geschäft hätten oder wenn wir, ja zum Beispiel, hm, ja was ist so eine Option, da einfach Samstag, Sonntag nicht möchte, dass da das WLAN funkt. Wir brauchen das hier, also ich für mich privat natürlich jetzt eigentlich nicht, von daher ist das nicht so interessant. So, das hat ein bisschen gedauert, bis das lädt. Hier können wir nochmal gucken, wegen Band-Steering, wir können nämlich festlegen, dass beim Band-Steering für einzelne Geräte konfiguriert wird. Wir können eine MAC-Adresse hinterlegen und dann sagen, dass bestimmte Geräte mit einer bestimmten MAC-Adresse nur entweder ein bestimmtes Band benutzen, nicht gesteuert werden oder eben allgemein gesteuert werden. Das ist natürlich nicht schlecht, wir können dann zum Beispiel bei Geräten, von denen wir wissen, dass sie das 5 GHz Band nicht unterstützen, diese immer permanent auf das 2,4 GHz Band laufen lassen. So, dann gehen wir weiter in den Punkt Einstellungen. Hier ist neu hinzugekommen der Punkt LEDs. Wir klicken da einmal drauf und jetzt sehen wir hier Status LEDs aktivieren, das können wir jetzt deaktivieren. Was bewirkt das? Wenn wir das hier deaktivieren, dann gehen die LEDs an der Front der Vodafone Station aus, die leuchten dann nicht mehr. Das kann sehr, sehr angenehm sein, vor allem wenn man die Vodafone Station in so einem eher dunklen Raum hat oder in einem Bereich, wo man das Blinken zum Beispiel vom Bett aus, vom Schlafzimmer nachts immer sehen würde, dann ist das sehr, sehr hilfreich, weil dann leuchten die nicht mehr. Kann man machen, hat natürlich einen riesen Nachteil. Wenn es eine Störung gibt am Netz, dann blinkt natürlich vorne keiner der Fehlercodes. Also die Fehler-LEDs leuchten dann halt nicht, weil die LEDs deaktiviert sind. Das muss man dabei im Hinterkopf behalten. Ansonsten ist das ein nettes Feature. Ebenfalls neu hinzugekommen ist der Punkt Konfiguration. Wir klicken da einmal nur kurz drauf und sehen uns das an. Wir können jetzt nämlich einstellen, dass HTTPS, also eine verschlüsselte, sichere Verbindung, auch über LAN erzwungen wird für die Web-Oberfläche über den Port 443, Web GUI, Web Graphical User Interface. Also das ist diese Web-Oberfläche hier. Das ist nicht schlecht, einfach damit die Verbindung definitiv sicher ist und alles, was von A nach B hier übertragen wird, auch verschlüsselt bleibt. Zum Beispiel, wenn man sich diese Telefonlisten exportieren würde. Es sind ja im Prinzip personenbezogene Daten. Das ist natürlich nicht schlecht, wenn dann die Verbindung auch noch verschlüsselt ist. Gehen wir weiter zum letzten Punkt Status und Hilfe, was sich hier geändert hat. Wir sehen hier bereits, das sieht alles noch relativ gleich aus. Bei Diagnose gab es eine Feature-Erweiterung. Klicken wir kurz drauf. Vorher gab es nur den Ping und den Traceroute. Jetzt können wir auch einen DNS-Test durchführen, was gerade bei Vodafone doch teilweise ein bisschen amüsant sein dürfte. Genau, dann gucken wir uns weiter an. Was wirklich, wirklich gut ist und neu dazugekommen ist, ist das Ereignisprotokoll. Dieses kann Folgendes tun. Es zeigt euch Ereignisse an, die bei der Firewall oder im WLAN aufgetreten sind. Ihr könnt euch alle Ereignisse oder nur Fehler und Warnungen anzeigen lassen. Was passiert bei der ganzen Geschichte? Unten in diesem Ereignisprotokoll, da laufen viele, viele, viele Einträge auf und die zeigen euch einfach, was in eurem Netz, in eurem WLAN-Netz los ist oder wenn zum Beispiel eure Firewall angegriffen werden würde. Gerade für Leute, die da zum Beispiel einen dünnen DNS hintendran hängen, also einen eigenen Server, kann auch dieser Punkt sehr, sehr interessant sein. Natürlich auch für Leute, die das nicht tun. So, dann gucken wir nochmal einmal kurz hoch auf Diagnose, denn hier, Entschuldigung, auf Status meine ich natürlich, denn eine Kleinigkeit ist hier doch noch dazugekommen, und zwar im DOCSIS-Status. Und zwar ist hier jetzt bei der empfangenen Signalstärke, ja, die dB-Werte werden jetzt nicht nur in Millivolt rangegeben, sondern eben auch UV-mäßig. Das ist natürlich auch sehr, sehr spannend und technisch interessant. Soviel erstmal von meiner Seite zu den Neuerungen der Vodafone Station. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir jetzt ein Abo und Daumen nach oben, einen Kommentar da, teilt das Video mit euren Freunden. Wenn ihr Fragen habt, unten direkt rein und jetzt zeige ich euch außerdem noch ein Video, das ihr euch unbedingt ansehen solltet, wenn ihr euch mit der Vodafone Station näher auseinandersetzt. Das basiert zwar noch auf der alten Firmware, das macht aber nichts, weil nur wenige neue Features jetzt in dem neuen Firmware-Update hinzugekommen sind. Und wir warten jetzt gespannt ab, ob es mit der neuen Firmware weiterhin Probleme geben wird oder ob die wirklich den Feldtest überlebt und dauerhaft draußen unterwegs ist. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Ciao, servus, hier war euer Void.